Hallo Schatzi, was ist? Ja, ich unterwegs, warum? Du musst kommen einkaufen gehen, aber Schatzi, du gestern schon einkaufen, oder nix? Nochmal einkaufen, warum? Ah, du Angst haben wegen diesem Ukraine-Krieg, ah, ok, aber Schatzi, du brauchst keine Angst haben, wirklich. Unser Bundeskanzler hat gesagt, wir haben genug Helme. Jeder Mensch kriegt zwei Helme und eine Gasmaske, hat er gesagt. Und wir sitzen in einen Helm rein, dann Gasmaske drauf, andere Helme obendrauf, kann nix passieren, glaube mir. Warum Gasmaske? Wenn Pfurzen das niemand vergiften, deswegen. Deswegen, keine Angst, Schatzi, passiert gar nix. Wir sind sicher in Deutschland, 100%. Was essen? Schatzi, du weißt, wie viele Türken hier haben in Deutschland. Die bestimmt in jedem Helm Dönerladen aufmachen, diese Leute. In jedem Helm Dönerladen. Wie soll man dann verhungern? Aber Schatzi, keine Angst. Wirklich keine Angst. Wenn diese kommen hier, Putin. Wir verschwinden nach Italien, Italiener sowieso gleich abhauen. Wenn die irgendwo hören, diese abhauen. Und wir nach Italien. Und wenn die nach Italien kommen, wir nach Lampedusa, Boot und nach Afrika abhauen. Du hast sowieso immer gesagt, du willst in einem Land leben, wo immer Sonne scheint. Dann kannst du nach Afrika gehen. Und dann kannst du nach Afrika reden. Vielen Dank.